Body Scan Wähle für diese Meditation einen ruhigen Ort, wo du ungestört sein kannst. Setze oder lege dich bequem hin, atme einige Male tief und voll ein und aus, schließe sanft deine Augen und richte deine Aufmerksamkeit auf die Kontaktstellen deines Körpers zur Unterlage und verweile dort ein paar Augenblicke. Nun lenke deine Aufmerksamkeit in den inneren Körper. Spüre deine Füße so genau, wie es jetzt für dich möglich ist. Nehme wahr, welche Temperatur die Füße haben, welche Position und ob Spannung dort ist oder nicht. Erforsche und spüre deine Füße so intensiv, wie es dir jetzt möglich ist. Nehme alle Körperempfindungen interessiert und offen wahr, möglichst ohne eine Bewertung. Nun spüre auf diese Weise auch deine Unterschenkel bis zu den Knien. Wenn du feststellst, dass irgendwo deine Wahrnehmung nicht so stark ist, nehme auch das einfach nur wahr. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf deine Oberschenkel bis zum Gesäß. Fühle deine Oberschenkel so genau, wie du es in diesem Augenblick kannst. Spüre nun dein Becken und den unteren Bauch. Verweile dort mit deiner Aufmerksamkeit. Wenn du magst, kannst du dort eine Hand hinlegen. Fühle auch den oberen Bauchraum. Nehme nun deinen Brustkorb wahr. Atme voll in deine Lungen und den gesamten oberen Atemraum. Vielleicht kannst du auch dein Herz wahrnehmen. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Nun lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Schultern, rechts und links. Erkunde besonders die Lage der Schultern. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Deine Hände und jeden einzelnen Finger. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Fühle deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper so intensiv, wie du es jetzt gerade kannst. Spüre auch den Kopf, den Hinterkopf und den gesamten Schädel. Fühle auch das Gesicht und besonders die Partie um deine Augen. Und spüre Nase, Wangen und Ohren. Fühle auch deinen gesamten Kiefer und Mund. Versuche jetzt einmal deinen Körper insgesamt zu spüren, das heißt überall gleichzeitig. Fühle auch deinen Brustbereich und den ganzen Oberkörper. Werde dir auch bewusst, ob es hier und jetzt eine bestimmte emotionale Stimmung gibt. Wenn ja, gebe dieser eine Art Überschrift, wie Freude, Ärger, Trauer oder neutral. Dann. Dann. Bye. Schau auch einmal, ob Dein Verstand, während Du diese Übung machst, viele Gedanken produziert. Wenn ja, etikettiere sie, zum Beispiel als Alltagsgedanken, Sorgen oder Gedanken an Vergangenes oder Kommendes. Aber verfolge Deine Gedanken nicht weiter. Stelle auch fest, ob es innere Bilder gibt oder Erinnerungen. Jetzt lenke Deinen Fokus wieder in Deinen Körper. Nehme Deinen Körper wahr und suche einmal einen Bereich, der sich hier und jetzt angenehm anfühlt. Vielleicht ist es dort warm und weit oder einfach entspannt. Wenn Du etwas gefunden hast, sei es auch noch so klein, verweile dort mit Deiner ganzen Aufmerksamkeit. Und lasse diesen Teil größer werden. Schenke ihm Deine ganze liebevolle Aufmerksamkeit und Zuwendung. und verweile dort einige Momente. Schenke ihm Deine ganze耳 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du möchtest, kannst du auch noch eine weitere Meditation anfügen. Schönen Fügen Schönen Fügen